Herzlich willkommen bei Alpha und Omega. Das Landleben ist toll. Könnte man jedenfalls denken, wenn man diese vielen Zeitschriften hier sieht, die uns das schöne Landleben in die eigenen vier Wände holen wollen. Da geht es ums eigene Gemüsebeet auf dem Balkon, um Rezepte für selbstgebackenes Brot und um schöne Möbel im Landhausstil. Es scheint, als sei ein Stückchen Land am Feierabend das Erfolgsrezept für gestresste Stadtbewohner auf der Suche nach Ruhe, Entschleunigung und einem gesunden Lebensstil. Doch ist das Landleben tatsächlich so schön oder gibt es auch Dinge, die weniger schön sind. Was bedeutet Landleben? Heimatliebe oder Großstadtsehnsucht? Bauernhofidylle oder Zukunftsängste? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Und ich freue mich sehr, dass Caroline Fessler da ist. Caroline Fessler ist nach vier Jahren in der Stadt wieder aufs Land zurückgezogen. Sie wohnt in einem Ort mit 30 Einwohnern und sagt, langweilig wird es mir dort nie. Sie hat Lehramt in Ludwigsburg studiert und macht gerade ihr Referendariat in Rot an der Rot im Landkreis Biberach. Und ein herzliches Willkommen an Michael Knaus. Michael Knaus ist der geistliche Leiter der katholischen Landjugendbewegung Freiburg und Pfarrer in Hinterzarten im Hochschwarzwald. Er kennt die neue Generation auf dem Land genau und steht der Landjugendbewegung als geistlicher Leiter zur Seite. Herzlich willkommen. Und ein herzliches Willkommen an Walter Schmickel. Er ist Betriebshelfer bei Cura Familia, einem Familienhilfsdienst des katholischen Landvolks Rottenburg-Stuttgart. Walter Schmickel arbeitet täglich mit den Herausforderungen der Landwirtschaft. Er springt ein, wenn ein Bauer krank ist und der Hof versorgt werden muss. Er ist selber in der Landwirtschaft groß geworden und kennt die Probleme in den Familienbetrieben ganz genau. Sie alle drei kommen aus eher ländlichen Gebieten. Frau Fessler, Sie wohnen in einem Ort, in dem es nur eine Straße gibt. Richtig. Was halten Sie denn von den Zeitschriften? Inwiefern spiegeln die das wahre Landleben wieder? Also ich kenne diese Zeitschriften nicht gut. Ich kenne sie hauptsächlich aus als Toilettenlektüre, weil sie meine Mama liest. Und kann aber nicht wirklich viel Gemeinsamkeiten mit der Realität auf dem Landleben erkennen, weil hauptsächlich alles idealisiert dargestellt wird. Also die Häuser, die Rezepte. Und also bei uns daheim ist es einfach so, dass es auch Räume gibt, die nicht so gestaltet sind, wie sie in den Zeitschriften dargestellt werden. Oder es gibt auch mal zum Mittagessen was aus der Gefriertruhe. Also kann ich dem nicht ganz zustimmen, wie es dargestellt wird. Herr Schmickel, wie viele Einwohner gibt es in Ihrem Wohnort? Wir sind in dem Fall größer. Wir haben 156 rum noch. Innerhalb von ein paar Jahren von fast 200 runter. Und ist Ihr Leben so idyllisch oder übertreiben die Zeitschriften ein bisschen? Die Zeitschriften, das ist in meinen Augen, ist das irgendwie selbst Gestalt. Das hat eigentlich mit Realität auf dem Land bei uns nichts zu tun. Da geht es wunderschöne Vorgärten. Da wird alles in den Zeitungen so kreiert, wie schön man die Götter machen kann. Aber die Götter, die wir um dem Land haben, die sind wirklich einzigartig. Also da brauchen wir die Zeitungen nicht. Herr Knaus, Sie sind auch ländlich aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, haben aber im Laufe Ihrer Karriere auch schon in Städten gearbeitet, zum Beispiel in Mannheim als VK. Wie war das da? Haben Sie dort dann angefangen, auf dem Balkon plötzlich Tomaten und Kartoffeln anzupflanzen? Nee, ich glaube nicht, dass das so etwas Typisches ist, was ein Dorfkind in der Stadt dann macht. Ich überlasse das dann, glaube ich, lieber denen, die davon Ahnung haben. Also da gibt es im agrarischen Bereich genügend Leute. Oder wenn ich dann mal zu Hause war, von meiner Mama aus dem Garten. Aber das ist dann halt ein richtiger Garten und mit jemand, der es kann. Wer das Landleben nur aus den Zeitschriften kennt, es aber besser kennenlernen will, der kann das machen. Und zwar beim Projekt Landleben der katholischen Landfrauen Freiburg. Der 16-jährige Dominik, der hat das gemacht. Der war zwei Wochen lang auf einem Bauernhof im Schwarzwald und hat dort mit angepackt. Und wir haben ihm über die Schulter geschaut. Beim Praktikum auf dem Bauernhof von Familie Isele gibt Dominik Vollgas. Schließlich müssen hier über 200 Tiere versorgt werden. Da heißt es aufstehen um sechs und ran an die Mistgabel. Und erst um 19 Uhr Feierabend. Daran musste sich der Schüler erst gewöhnen. Freizeit muss man auf jeden Fall ein bisschen verzichten. Aber, ja, man kann Mittagsschläfchen machen. Das kann man dann, was man morgens weg ist, aufholen. Und dann ist eigentlich alles wieder im normalen Rhythmus. Mama! Ja? Das Kälbchen muss erst trinken lernen, weißt du? Elke Isele ist seit sechs Jahren Gastmutter beim Projekt Landleben der katholischen Landfrauen Freiburg. Fünf Jugendliche hat sie bereits für ein paar Wochen auf dem Hof aufgenommen. Die Hofmutter will eine Brücke zwischen Stadt und Land schaffen und hat dabei nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Der eine kam und meinte, ja, ich mache hier so quasi Urlaub auf eine billige Art und Weise, brachte sein Mopedli mit. Haben wir also auch erlebt. Und ja, das sind Erfahrungen, die man macht bei dem Projekt. Und wir haben jetzt dann den Dominik als Musterbeispiel, der wirklich Freude hat und auch in Betrieb reinpasst und dem nichts zu viel ist. Eine gute Voraussetzung. Denn wer Landluft schnuppern will, muss auch mit unangenehmen Gerüchen klarkommen. Für Dominik ist das gar kein Problem. Das gehört dazu. Ich meine, wir möchten ja auch nicht zu Hause irgendwo im Dreck billigen und ja, die Kühe möchten das auch nicht. Nur habe ich ja keine Hände, um das dann selbst zu machen, dann müssen wir das machen, gell. Bei Nachwuchsbauer Benjamin Isele lernt Dominik, worauf es bei der Arbeit mit Natur und Tieren ankommt. Und zeigt dabei außergewöhnliches Talent. Man merkt, dass er Interesse hat. Und nicht bloß, also er ist kein typisches Stadtkind. Dass man morgens um sechs aufstehen muss und nicht bloß fünf Tage in der Woche, sondern wirklich jeden Tag aufstehen muss. Das wissen viele gar nicht oder sie möchten es nicht wissen. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt. Trotz harter Arbeit hat Dominik auf dem Hof von Familie Isele die Landliebe gepackt. Sein Traumberuf? Landwirt. Die Vorstellungen vom Landleben treffen manchmal nicht ganz die Realität. Bei Dominik ist das Projekt aber zum Glück gut ausgegangen. Herr Knaus, der Jungbauer in dem Film, der hat von einem typischen Stadtkind gesprochen. Können Sie diese Bezeichnung nachvollziehen? Gibt es wirklich Unterschiede zwischen Stadt- und Landjugendlichen? Also ich glaube, dass es mehr Klischeebegriffe sind. Also natürlich gibt es Unterschiede in der Lebensweise. Alleine was Mobilität und so weiter betrifft, sind natürlich die Stadtkinder deutlich im Vorteil. Aber ich glaube, so in der Verhaltensweise, in ihrem Konsumverhalten und so weiter, glaube ich nicht. Die hören die gleiche Musik, haben die gleichen Trends, die gleichen Styles. Und von daher glaube ich nicht, dass es da diesen Unterschied noch gibt, wie das vielleicht vor 50 oder 60 Jahren noch der Fall war. Was ist für Sie denn heutzutage der Unterschied zwischen Stadt und Land? Ich glaube, es ist vor allem das soziale Gefüge. Also auf dem Land kennt man sich im Regelfall. Also zumindest je kleiner das Dorf ist, umso eher ist die Chance, dass man tatsächlich fast alle kennt. Und das, glaube ich, hat so eine ganz eigene Lebensqualität. Spielt dann die Kirche auf dem Land eine andere Rolle? Ja und nein. Natürlich sind die Trends, die wir in Städten kennen, auf dem Land genauso spürbar. Aber ich glaube, so ein paar Ecken ist es dann doch nochmal anders. Vor allem dann, wenn es um die Lebensbegleitung geht. Also das berühmte von der Wiege bis zur Bahre. Also da merke ich schon, dass auf dem Land dann nochmal ein anderer Zugang zur Kirche einfach da ist. Und Sie haben ja auch gesagt, das soziale Gefüge ist anders. Wo merken Sie jetzt im Speziellen bei Ihrer Arbeit als Pfarrer, wo merken Sie da Unterschiede? Was wäre so ein Beispiel? Ganz einfach. Also ich bin jetzt seit nicht mal ganz drei Jahren an meiner Stelle und kenne eigentlich alle, die dort sind. Also inklusiv Bürgermeister und so weiter. Da hat man einfach einen ganz anderen direkten Draht. Und ja, man ist einfach gut vernetzt. Und das war natürlich im städtischen Kontext weit, weit, weit nicht so der Fall. Und die Anonymität quasi ist auch weniger, nämlich an Aufmerksamkeit. Ja, mit Sicherheit. Wann kann man das sehen? Also ich merke einfach, dass ich, wenn ich im Dorf unterwegs bin, aber auch im Nachbarstädtchen mal bin, ich werde immer wieder angesprochen, gegrüßt. Und ja, da werde ich einfach anders wahrgenommen, als das in der Stadt ist. Da hat mich kein Mensch gekannt. Außer natürlich die Kerngemeinde, die sonntags brav da war. Frau Fester, was ist für Sie der größte Unterschied zwischen Stadt und Land? Der größte Unterschied zwischen Stadt und Land? Und ich sehe es ganz ähnlich wie er, weil bei mir daheim ist es so, dass man sich nicht nur kennt, also dass man sich nicht nur mit Gleichaltrigen abgibt oder unterwegs ist, sondern ganz häufig mit Älteren und auch Jüngeren. Also ich bin ganz viel durch das, dass ich in einem Musikverein spiele, bin ich am Wochenende auch mal mit 50-Jährigen unterwegs oder auch mit 16-Jährigen. Also das ist das Spannende eigentlich dran. Und das habe ich in der Stadt nicht so wahrgenommen, dass man da einfach übers Alter hinweg schaut und dann, ja. Was war für Sie denn, also Sie haben vier Jahre lang in Ludwigsburg studiert. Was war für Sie der Grund, danach wieder aufs Land zurückzukehren? Ja, ich war eigentlich nie richtig weg. Also ich war ein Student, der am Wochenende immer heimfuhr. und für mich war es eigentlich gar nie Diskussion, ob ich irgendwie wieder zurückkomme. Es war immer ganz klar, dass ich zum Studieren gehe, mich erfahre und dann danach wieder heimgehe, weil einfach, weil daheim Freunde sind, Familie, Vereine, ja. Sie haben ja auch gesagt, Ihnen wird nie langweilig. Was macht man denn in einem Ort mit nur 30 Einwohnern den ganzen Tag? Sie haben den Musikverein angesprochen. Also in einem Ort mit 30 Einwohnern, da wird es mir vermutlich langweilig werden. Also ich schaue über meinen Heimatort hinaus. Wir sind ganz viel mit dem Musikverein unterwegs, aber dann auch sonst, was ist in der Gegend. Jedes Wochenende sind irgendwelche Feste von anderen Vereinen, ganz viel aktuell in Festzelten. Und dann aber auch, wir gehen natürlich auch in die Stadt weg. Also so ist es dann nicht, dass wir nur auf dem Land unterwegs sind. Und im Musikverein, ist das wirklich eine Leidenschaft? Also welches Instrument spielen Sie? Ich spiele Saxophon. Und ist das ein Bläsermusikverein? Genau. Also wir machen Blasmusik. Und ist das wirklich eine Leidenschaft oder mangelt es einfach nur an Alternativen? Vielleicht beides. Also wir haben mehrere Vereine, einen Sportverein, Musikverein, Theaterverein. Aber letztendlich ist die Auswahl dann schon gering. Also man hat nicht wirklich Alternativen. Aber durch das, dass man dann da mittendrin ist, entwickelt es sich zur Leidenschaft. Also so war es bei mir. Herr Knaus, welche Rolle spielen denn die Vereine und Verbände auf dem Land? Ja, das sind eben, so wie es gerade eben angeklungen ist, die Hauptakteure. Also da wird, im Grunde, das Landleben wird dadurch geprägt. Also die Vereine, die es gibt, die machen Veranstaltungen, die sammeln aber auch die Leute. Dort geschieht in erster Linie Vernetzung. Also mit Vereinskolleginnen und Kollegen haben einfach einen anderen Kontakt als mit sonstigen Leuten. Und ich glaube auch, dass so ein gewisses Maß an Politik auch in den Vereinen gemacht wird. Also ein Bürgermeister, Gemeinderat wird es sich nie erlauben, zum Beispiel jetzt mit einem Musikverein sich zu verscherzen. Weil das ist einfach eine Größe im Dorf. Und das ist auch gut so. Und bei der katholischen Landjugendbewegung, welche Themen, Sie beschäftigen sich mit Themen, die den Jugendlichen auf dem Land wichtig sind. Welche Themen sind das? Gut, da geht es natürlich vor allem um diese Themen, die in dem Alter relevant sind. Mobilität ist ein ganz großes Stichwort. Beziehungsweise dann, wenn ich nicht real von meinem Dorf wegkomme, dann möchte ich es wenigstens virtuell machen. Also sprich, da wird natürlich auch immer wieder geguckt, wie steht es mit dem Ausbau der schnellen Datennetze und so weiter. Aber dann auch im kirchlichen Kontext. Also wie leben Jugendliche ihren Glauben auf dem Dorf? Also zumal in unserer kirchlichen Situation natürlich auch unser Gemeindeleben ausdünnt. Die pastoralen Einheiten werden immer großflächiger. Und da glaube ich schon auch, dass im kirchlichen und kirchenpolitischen Kontext Landjugendgruppen durchaus noch so etwas wie kirchliche Heimat vor Ort vermitteln. Frau Fessler, haben Sie in Ihrer Zeit in der Stadt, sind Sie da auf Vorurteile gestoßen gegenüber dem Land? Vorurteile kann man eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, es ist auch abhängig davon, wie man sich dann in dem Fall in die neue Gesellschaft oder in die neue Gemeinschaft einfliegt. Und mir ist es relativ gut gelungen und ich hatte eigentlich nie Probleme oder Vorurteile. So ein Ding, was immer öfter angesprochen wurde, ist so der Dialekt. Also ich spreche eigentlich auch Dialekt und ich denke, das ist so, vielleicht hier in der Gegend so das Vorurteil, dass Dialekt, ich, also wenn man zu mir sagt, ich bin Dialektsprecher, dann habe ich das Gefühl, das wird irgendwie negativ begleitet. Ja, aber eigentlich Vorurteile nicht wirklich, nein. Gibt es denn was, was Sie am Stadtleben vermissen? Dass man kein Auto braucht? Ja, nee, eigentlich nicht, nicht wirklich, nee. Frau Fessler, Sie sind von der Stadt zurück aufs Land gezogen. Herr Schmickel, normalerweise läuft das ja andersrum. Also viele gehen weg vom Land, ziehen in die Stadt. Jede dritte Gemeinde, ländliche Gemeinde, schrumpft. Aber nicht nur die Gemeinden schrumpften, sondern auch die Landwirtschaft geht zurück. Sie haben gesagt, in Ihrem Ort gab es früher 17 Bauernhöfe und jetzt sind es nur noch zwei. Und auch Sie sind vor einigen Jahren aus der Landwirtschaft ausgestiegen. Warum? Da war es einmal die Frage, Neubau. Ein froher Stall, so circa 400.000 Mark in die Hände zu nehmen, bei wenig Eigentumfläche. Und das hat sich nicht gerechnet. Und dann hat man den Schritt gemacht, Landwirtschaft verpachtet. Was macht das Landwirten denn so schwer heutzutage? Die Landwirte kämpfen viel mit der Bürokratie. Also man darf dort oft den Sekretär jetzt einstellen, für ganze Anträge, sonstige Sachen, wo auch von oben her diktiert werden. Auch viel mischt und dann immer neue Sachen, wie jetzt wieder die Tierschutzverhaltungsordnung, entweder bei den Schweinebauern. Da müssen die Bauern richtig Geld in die Hände nehmen und das haben die nicht. Die fahren schon seit Jahren die rote Zahler. Aber auf dem Land ist halt die Tradition, da fehlt mir so lange, bis wirklich nichts mehr geht. Und Sie sind nicht ganz aus der Landwirtschaft ausgestiegen, Sie sind immer noch in der Landwirtschaft aktiv als Betriebshelfer. Ich bin jetzt praktisch seit 30 Jahren schon unterwegs und springe ein, wo der Landwirt krank wird. Und da bekommt man auch die ganze soziale Sache mit. Überschuldung, Ehe auseinander, Probleme. Und du bist mittelatt in dieser Geschichte. Also schauen wir wieder, also Gott, das recht hart zur Sache. Wie schwer es landwirtschaftliche Familienbetriebe haben, sehen wir jetzt auch bei Familie Kienle aus dem Landkreis Siegmaringen. Der 30-jährige Sohn Philipp möchte den Hof von seinem Vater übernehmen. Das ist aber gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Der Dokumentarfilmer Tobias Müller hat die Familie zwei Jahre lang begleitet und zeigt in seinem aktuellen Kinofilm Sauacker die Situation auf dem schwäbischen Familienbauernhof. Philipp! Philipp! Also, du ziehst in die Benzah. Ja, nicht ganz, aber fast bestreiber. Ich muss noch mal nachschaffen. Ich brauche jetzt mal Geld, dass wir mal auf einen gescheiten, einigermaßen gescheiten Fuhrpark kommen. Das geht nicht. Du musst auch mal ein Tal durchstanden. Sonst, wenn du bist nur im Tal, bist du doch nicht. Bumm! 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 Ich will aber auch nicht warten, bis es fortzugehen. Das sagt er gleich. Dieses Jahr muss wirklich der Grundbaustand gesetzt werden. Dieses Jahr! Das tut immer, wie wenn ich ihm alles wegnehmen will oder so. Wer? Ah, der Vater! Ah! Ich will doch auch ein Beispiel. Du kannst ja auch aufhören. Das nimmt dich doch nicht mehr mit. Das ist das Einfachste. Der Hofumtreib traue ich dir auf jeden Fall zu. Wenn du nebenher noch arbeiten willst, dann weiss ich nicht, wie du es anstellt hast. Das ist dein Dickkopf durchgesetzt und nie wieder hintergegangen. Bis in zwei Monaten muss das Ding gerichtet sein, weil dann kommen sie. Ja. Und wenn es dann nicht gerichtet ist, dann geht es um sechs Uhr. Ich sag immer, die endlich ist das beste Tier zum Beispiel. Die kann fliegen, schwimmen, tauchen und laufen. Die kann alles. Aber halt auch nicht so wirklich gut. Also ich tät nicht wieder heiraten. Absolut. Ich tät nicht wieder rumbringen. Ich mach's jetzt überhaupt echt im Alleingang und sag scheiß auf die Welt, ich hab meine Ideen. So wie Frank Sinatra es gesagt hat, I do it my way. Auf meine Weise. Fertig. Stress und Zukunftsängste statt Landliebe und Hofidylle. Herr Schmickel, kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist Alltag auf dem Hof. Also es ist, die Länder sind wie in einem Halmstraat. Die wollen praktisch immer noch weiter, noch weiter, obwohl es ist Ende. Und dann kommen so Sachen raus, wie auf diesem Betrieb, dass einfach die Tradition lässt es nicht zu, dass es sein Vater sagt, jetzt nehmen wir noch. Und das ist das Brudale auf den Höfen. Die sind einfach verwachsen mit ihrem, sage ich mit Feld und Flur. Das heißt auch wenn es mal schlecht läuft, da kann man nicht einfach sagen so Jobwechsel. Ja. Und es ist wirklich so, wenn ein Landwirt, wie jetzt zum Beispiel der Bauer jetzt nachlässt, dann fühlt er sich halt zu sagen. Weil ein Landwirt war früher jemand im Ort. Und das fährt man alles an die Wand, bevor man nachlässt. Ist es in Ihrem Arbeitsalltag denn mal vorgekommen, dass ein Bauernhof, den Sie betreut haben, dass der aufgegeben werden musste? Ja, das sind schon einige, aber in letzter Zeit war auch einer dabei, ein grosser Landwirt. Der sitzt jetzt seit anderthalb Jahren in der Psychiatrie. Da haben wir mit Fachleuten und mit der Oma die Abwicklung von dem Hof gemacht. Und wo der Hof aufgegeben worden ist, dann ist der Opa nach einem Vierteljahr gestorben. Weil er das mitgekriegt hat, auf Ende hat er seinen Lebensmut verloren. Das heißt was? Und das geht einem richtig auch nach. Also der Job als Betriebshelfer, der ist oft auch beladen mit so Sachen, mit Problemen, die altbekannt sind und die Leute brauchen bloß jemanden manchmal zum Zuhören. Sie sind ja im Grund Sozialarbeiter. Ja. Ohne dass Sie das eigentlich gelernt haben, machen Sie es. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was wir auf dem Land fast mit der Muttermilch einsaugen. Wir kennen uns gegenseitig und da lässt uns vieles einfach auch nicht kalt. Auf dem Land läuft es auch noch. Zum Beispiel, dass die Nachbarin zu der anderen Nachbarin noch umgeht, weil die weiß, die ist krank. Und guckt nach deiner. Einfach das Sozialgefüge ist da irgendwo noch so. Ich sage jetzt in dem Takt, aber es funktioniert einwandfrei. Und wie er vorhin gesagt hat, so ein Dorfleben, Feuerwehr, Sportverein, Nachherzunft, Landjugend, die haben schon eine Macht in den Orten drinnen. Frau Fässler, Sie sind ja auch auf einem Familienbetrieb groß geworden. Das ist ein Pferdehof. Was passiert da genau? Da werden Pferde abgestellt quasi von... Genau. Also wir haben Pensionspferde, 30 Stück und dann noch fünf eigene Pferde. Okay. Wie haben Sie so dieses Leben in einem Familienbetrieb wahrgenommen für sich? Also ich nehme es so wahr, dass man sich gegenseitig hilft. Also mein Papa, der ist noch hauptberuflich Landwirt und mein Bruder ist aber momentan dabei, dass er mit einsteigt. Und aber nicht nur mein Papa und mein Bruder arbeiten, sondern wenn man Hilfe braucht, dann kann man vom Nachbarn, vom Onkel, von jedem Hilfe erwarten. Und das wird dann auch geleistet, also dass man einfach füreinander da ist, ja. Herr Schmickel, die landwirtschaftlichen Betriebe, Sie meinten, die, die Sie jetzt betreuen, die haben oft finanzielle Probleme. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Arbeit wird da geleistet, für welchen Lohn letztendlich? Also die schaffen, wenn man es manchmal sieht, drei, vier Euro. Wenn man wirklich eine Stunde umrennt. Und die müssen ja Kapital mitbringen. Die müssen ja, ich so wie der Arbeitnehmer, der geht an die Arbeitsstelle von dich aus, da wird alles gestellt. Ist der Landwirt, der muss ja in Vorleistungen, der muss ja zunächst mal ein Haufen Geld in die Hand nehmen, dass er überhaupt arbeiten kann. Und das ist wann wird so dann die Preise. Welche Rolle spielt denn da der Verbraucher? Der Verbraucher? Ich will jetzt nicht so drastisch sagen, aber einem Verbraucher ist das oft wichtig. dass er eine relativ günstige Mahlzeit auf den Tisch kriegt. Ich denke oft, die Wertschätzung fällt. Wenn man sieht, wie viel von den Lebensmitteln nachher in den Kübel fällt. Denken Sie, dass Menschen auf dem Land eine höhere Wertschätzung haben für Lebensmittel? Ich glaube inzwischen wieder. Also dadurch, dass wir natürlich ganz anders in Kommunikation stehen mit den Erzeugern, kriegen wir natürlich schon auch mit, dass irgendjemand den Preis bezahlen muss. Also das ist einfach so. Je billiger die Dinge im Supermarktregal sind, umso höher ist der Preis, der letztlich dann doch bei den Landwirten bezahlt wird. Also da ist auch die katholische Landjugendbewegung sehr stark inzwischen in dem Bereich kluger und nachhaltiger Konsum. Wir geben Handlungsempfehlungen raus. Wir versuchen da auch vor Ort immer wieder Politik zu machen. Sind zum Beispiel auch deswegen jedes Jahr bei der IGW, bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin mit dabei, mit dem Stand. Und versuchen eben auch dort nochmal deutlich zu machen, wo wir stehen. Und ja, hoffen, dass wir zumindest im Kleinen auch Dinge verändern können. Frau Fessler, wir hatten es ja vorhin von dem Stundenlohn. Drei, vier Euro die Stunde. Und Sie meinten, Herr Schmickel, man macht es halt einfach, ja. Man will nicht irgendwie aufgeben. Können Sie das nachvollziehen, dass man da weitermacht, obwohl man nur gibt und gibt und nichts zurückkommt? Es kommt ja was zurück. Also es kommt vielleicht nichts Finanzielles zurück. Aber zwischenmenschlich kommt einiges zurück und das entlohnt es auf alle Fälle. Werden Sie auf dem Land alt werden? Momentan sage ich ja, aber ich kann mich nicht festlegen. Also es kann passieren, dass ich doch in die Stadt ziehe. Aber momentan werde ich auf dem Land alt. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit noch alles Gute und dass Sie die Lust am Land nie verlieren werden. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Land leben, Lust oder Frust, das war unser Thema bei Al von Omega Kirche im Gespräch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.